So, jetzt hier meine Endzeitbilanz. Also ich fand es total schön, das Projekt ist super gewesen und das Team war auch total toll, wir sind halt einfach das beste Team der Welt und das muss man ganz klar sagen, ganz bescheiden und ja, wir hatten manchmal auch so kleinen Differenzen, aber all in all war das ganz toll und Bulgarien und Rumänien waren auch super schön und ja, also ich freue mich, dass ich dabei war. Und ich will mich auch ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die wir uns gevotet haben, vor allen Dingen bei meinen Eltern, weil die haben sich ja sogar die Eier ruhig gestellt, super Sache und dann muss ich auch sagen, schöne Grüße an Titi, der mit mir das Bewerbungsvideo gedreht hat, dem ich gar nicht Bescheid gesagt habe, dass ich schon weg bin, ganz ganz vielen Dank dafür und ja, ich hoffe, dass wir mit den ganzen Leuten hier noch irgendwie in Kontakt bleiben, dass wir alle Freunde bleiben und so und ja, Danke, Tschüss. Danke, Tschüss.